Willkommen zur neuen Handelswoche. Wo liegen da die Chancen? Welche Aktien waren in der vergangenen Woche am meisten gefragt oder auch eben am meisten unter Druck geraten? Das wollen wir klären in den nächsten rund 30 Minuten im offiziellen Teil und danach auf die Fragen eingehen, die hier in der Veranstaltung durch die Community gestellt werden. Viel Spaß nach dem Intro ist los. Ohne den Roland geht nichts. Guten Morgen. Hallo Andreas, schönen guten Morgen zusammen. Ja, wir beziehen uns nämlich vorrangig auf den US-Markt, aber haben natürlich auch immer den Blick rechts und links und natürlich auch nach vorne auf den Daxe, der am Freitag ein wahres Auf und Ab zum Hexensabbat gezeigt hat. Ganz genau. Und jetzt nach dem großen Verfallstag am Freitag werden die Karten wieder neu gemischt. Dementsprechend sehr häufig sieht man ja auch potenzielle Wendepunkte eben nach so einem Fall, weil dann auch gerade viele große Optionspositionen verfallen und dann müssen sich erstmal die institutionellen Anleger auch neu positionieren. Und dann ist es durchaus ein gewisses Zeitfenster auch da vielleicht für einen potenziellen Rücksetzer und das sehen wir aktuell noch nicht im Dax. Der hält sich weiterhin hier im Bereich der 18.000. Also die wird auch in dieser Woche sicherlich eine wichtige Rolle einnehmen. Da vielleicht noch ein Hinweis vorab, denn mit dem Hedging und den verschiedensten Kursen bei verschiedensten CFD-Anbietern gibt es Probleme, habe ich in der Community rechts und links gelesen, dass manche Kurse viel, viel zu hoch, viel, viel zu tief, naja, jedenfalls anders sind als noch am Freitag. Und das sieht man ja auch beim Future, wenn man den nächsten Kontrakt wechselt, der ist einige Punkte über dem alten Future angesiedelt. Das ist jetzt nicht ein Gap, was es zu schließen gilt, sondern das liegt einfach in der Natur der Sache. Das ist das klassische Rollover Gap in der Tat und das ist natürlich jetzt ein Stück weit höher, als wir es auch in der Vergangenheit gesehen haben, weil die Zinsen einfach so groß sind und diese sind ja im Future dann letztendlich eingepreist. Die werden von Tag zu Tag geringer und am Fallstag ist die Differenz zwischen Kasse und Future dann wieder bei Null. Von daher muss man auch immer schauen, wie quotieren die CFD-Anbieter entsprechend die CFDs. Wir quotieren das CFD im Grunde auf Basis des Futures, aber dann eben mit dieser Fair-Value-Anpassung, die jeden Tag neu berechnet wird. Da sind natürlich auch die Dividenden mit drin, weil der DAX auch ein Performance-Index ist. Also da muss man auch immer ganz genau hinschauen, was macht der CFD-Anbieter und einfach so zu sagen, die Kurse sind falsch oder richtig, ist auch immer ein Stück weit nicht weit genug geschaut. Ja genau, deswegen klären wir darüber auf und deswegen wollte ich die Frage auch gleich am Anfang mit reinbringen, bevor wir nochmal den Risikohinweis ins Bild halten und als erstes auf den DAX schauen. Ja, gerne können wir uns den DAX hier auch anschauen. Hier sieht man zum Beispiel unser DAX CFD jetzt ziemlich genau auf der 18.000, aktuell 1,1 Punkte darunter, das auf dem Kassa-Index entsprechend basiert. Aber die Kurse letztendlich, weil es gibt ja nicht die Kasse, also die Kasse kann man nicht handeln. Man kann den Future handeln entsprechend, man kann die Einzelaktien handeln. Von daher muss man immer schauen, wie wird das CFD auch zusammengebaut und die Grundlage sind auch bei den meisten Anbietern zumindest, auf jeden Fall bei uns auch die Futures-Kurse. Die bekommen wir 1 zu 1 über Thurms und Reuters und dann gibt es eben einmal am Tag diese Fair-Value-Anpassung, um eben Zinsen und Dividenden hier gerecht zu werden. Also wir konsolidieren hier auf hohem Niveau und da können wir uns den Future gerne hier mit reinschauen. Da sieht man ja auch diese Differenz von ca. 280 Punkten aktuell nach dem Rollover. Wir sind weiterhin hier natürlich auch im Future in dem Extrembereich, im Bereich zwischen der Plus-, Zweiten- und Dritten-Standard-Abweichung, hier auf Tagesbasis um den V-Web herum. Und in dem kleineren Bild sieht man dann auch recht gut in der letzten Woche, konnten wir uns am Donnerstag und am Freitag recht gut halten. Nach den Allzeithochs am Donnerstag wurden die am Freitag knapp getestet, konnten aber nicht überschritten werden und man hat trotzdem die Woche hier entsprechend positiv beendet. Und jetzt konsolidieren wir auch hier auf hohem Niveau außerhalb hier der Value-Area der letzten Woche. Was hat sich im ganz kleinen Bild getan am heutigen Handelstag? Hier sehen wir, das kleine Gap, das wir entsprechend hatten, wurde entsprechend geschlossen. Danach gab es schon wieder Kaufinteresse und der erste Rücksetzer hier zum V-Web des aktuellen Tages wurde auch gekauft hier gegen 10.20 Uhr. Von daher im ganz kurzfristigen Bild haben hier die Bullen auf jeden Fall auch das Zepter weiter in der Hand, wie auch im großen Bild. Man kann aber trotzdem noch einmal zum Verfallstag sagen, tief gestartet, ohne die US-Futures nach oben gelaufen, zu 18.000 in der Mittagszeit, wo ja der DAX-Future verfallen ist, der alte März-Kontrakt. Und dann wieder zurück, das war ein reiner Hexentanz, oder? In der Tat war es relativ Volatilität, mehr als wir es in der letzten Handelswoche an anderen Handelstagen gesehen haben. Von daher, ja, es gab sicher die Chancen auf beiden Seiten am Freitag. Genau und fast unverändert geschlossen, also 0,03% Abweichung im Xetra-Schlusskurs dann am Freitag. Also vielleicht ist es dann für diejenigen, die sagen, da möchte ich mich gar nicht der Gefahr begeben, in die Gefahr begeben, dass die Hexen die Kurse in irgendeine Richtung ziehen, die man vielleicht charttechnisch gar nicht ableiten könnte. Einfach einen Tag raushalten und dann startet man ja wieder auf dem selben Level. Das ist auch immer eine sehr gute Devise für diese Verfallstage. Der eine oder andere Trailer, den ich kenne, der sagt auch immer, wenn die einzelnen, die Optionen verfallen jeden Monat, da halte ich mich auch lieber raus an diesem Verfall. Von daher, da spricht jedenfalls nichts dagegen. Es gibt ja dann immer wieder in der nächsten Handelswoche genügend Chancen. Genau, die zeigen wir ja auch immer wöchentlich und dann auch für Einzelaktien an den einzelnen Handelstagen auf dem entsprechenden YouTube-Kanal auf. Lass uns gerne direkt zum Nasdaq überschwenken, der ja die ganzen letzten Wochen immer vom Cost-Level über dem DAX stand, also auch um die 18.000, tendiert hat aber auch schon mal bei 18.400 stand. Der ist jetzt so weit unter Druck gekommen, dass er gerade unter dem DAX-Future notiert vom Cost-Level her. Ganz genau, der Quotier unter dem DAX-Future-Level, der war auch in der letzten Woche dementsprechend im Minus, etwas mehr als ein Prozent Abgaben hatte dieser zu verzeichnen. Hier sieht man nach den Allzeithochs kam der doch dann entsprechend hier zurück in der zweiten Wochenhälfte entsprechend und konsolidiert jetzt weiterhin auf sehr hohem Niveau. Aber die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, wird immer höher, sollten wir diese ca. 18.175 jetzt nicht halten können, dass hier auch eine etwas größere Gegenbewegung folgt. Der V-Web des aktuellen Jahres zieht hier jeden Tag nach, ist aktuell recht prominent hier bei 17.650. Im Future auf einem ähnlichen Niveau liegt auch der 50-Tage-Durchschnitt, wer hier auch auf die gleitenden Durchschnitte schaut. Von daher, diese potenzielle Reversion-to-the-Mean-Bewegung ist durchaus ein Szenario, vielleicht schon für diese Woche, vielleicht auch für nächste Woche, sollten wir hier weiteren Druck, sage ich jetzt mal, im großen Bild sehen. Ja, und da ist natürlich viel abhängig von den ganz großen Einzelwerten, zu denen kommen wir danach noch einmal. Was mich ein bisschen skeptisch stimmt, ist, dass dieser Aufwärtstrend, den wir seit Anfang November gesehen hatten, wenn man den Chart nochmal ein bisschen zusammenstuft, an Dynamik jetzt merklich nachlässt. Genau, die Dynamik lässt auf jeden Fall nach, also diese sehr, sehr starken Impulse, die wir Ende des letzten Jahres gesehen haben, die nehmen auf jeden Fall ab. Also es gelingt zwar in den letzten Wochen immer mal wieder ein neues Allzeithoch zu verzeichnen, aber oft nur wenige Punkte über dem alten Allzeithoch. Von daher, die Dynamik lässt nach, von daher auch das Potenzial, vielleicht hier mal einen größeren Rücksetzer hinzulegen und dann vielleicht auch den einen oder anderen Stop zu triggern und dann wieder eine frische Bewegung hier zu starten. Ja, und darauf warten vielleicht auch viele, weil sie rein wollen in den Markt. Ähnlich sieht es beim Dow Jones aus. Der kämpfte um die 39.000 Punkte auch, damit entweder neue Allzeithochs zu erzielen oder stärker zu konsolidieren. Der hat übrigens schon stärker rein von der Entfernung von oben nach unten in Richtung dieses Nvidia-Gaps korrigiert. Und ja, würde ich fast schon sagen, der ist angeschlagener als der Nasdaq. Der ist auch ebenfalls hier entsprechend angeschlagen. Die 39.000 hier im Future sind die wichtige Marke, die es zu halten gilt. Entsprechend darüber würde das Gleiche gelten wie auch für den Nasdaq, dass hier eine Bewegung zum V-Web des aktuellen Jahres im Bereich von ca. 38.500 folgen könnte. Also da ist durchaus eine Bewegung auch von 500 Punkten auf der Unterseite innerhalb kurzer Zeit möglich. Da muss man schauen. Es gibt ja auch in dieser Woche den einen oder anderen Katalysator dafür. Allen voran sicherlich dann die FED-Zinsentscheidung am Mittwochabend. Wir haben noch weitere Notenbank-Entscheidungen in Großbritannien, in Japan und in der Schweiz. Von daher durchaus die Möglichkeit, hier sollten da auch Aussagen getroffen werden, dass die Zinsen da auch noch länger als jetzt schon befürchtet auf hohem Niveau verbleiben, dass der Markt das vielleicht auch mal in Folge mit einer Korrektur hier dann begleitet. Ja, apropos Zinsen, da können wir gleich mal den Bogen spannen zur Zinsprognose. Denn am Mittwoch ist die FED-Notenbank-Sitzung. Wir hatten in der Vorwoche die letzten ganz wichtigen Daten, die damit einfließen in die Entscheidung, die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise. Und bei beiden sieht man, dass die Inflation nicht weiter zurückkommt, sondern sogar schon wieder ein Stück ansteigt. Ja, ganz genau. Von daher auch in Folge dessen, die Zinssenkung für Mai ist eigentlich komplett vom Tisch. Jetzt im März wird es auch mit aller Wahrscheinlichkeit keine gegeben. Und selbst im Juni ist es aktuell fast nur eine Wahrscheinlichkeit von um die 50 Prozent. Also Juni oder Juli sind aktuell recht wahrscheinlich, dass es irgendwann in diesen beiden Monaten dann auch den ersten Zinsschritt auf der Unterseite geben wird. Hier von der FED, vielleicht sind wir am Mittwochabend, etwas schlauer, wie es das Zeitfenster in der Tat auch aussieht. Aber man sieht schon, man ist ein gutes Stück weit nach hinten gerückt. Zwischenzeitlich hatten wir schon mal sieben Zinssenkungen für dieses Jahr eingepreist. Aktuell sind es nur noch drei an der Zahl. Von daher die Erwartungen auf Basis dieser FED-Funds-Futures, die sind in den letzten Wochen ein gutes Stück weit zurückgekommen. Und da denkt man natürlich bei hohen Zinsen, ja, das schaffen ganz viele Menschen ihr Geld in eben festverzinsliche Anleihen und so weiter. Weit gefehlt. Auch der Goldpreis hatte ja neue Rekordhochs vor einer Woche erzielt und ist jetzt in eine Konsolidierung reingelaufen. Wir hatten am vergangenen Freitag schon mal kurz drüber gesprochen. Die hält immer noch an. Die hält immer noch an. Auch zu Beginn der Woche hat der Goldpreis erst einmal nachgegeben. Wir sind ja schon, ja, man war ja schon weiter fast als ein Extrem gelaufen. Also über die dritte Standardabweichung. Von daher tut eine Korrektur dem Markt sicherlich gut. Als erste potenzielle Unterstützung vielleicht die Spike-Hochs hier aus dem Dezember des letzten Jahres, als wir kurzzeitig hier schon mal an die 2140 herangelaufen sind. Das ist eine potenzielle Marke vielleicht auch für diese Woche, wenn man dann in die kleineren Zeiteinheiten reinschaut, sieht man die Korrektur, die wir in der letzten Woche hier gesehen haben. Entsprechend die 2158 wurde hier vor dem Wochenende gehalten. Zu Beginn der Woche haben wir diese jetzt unterschritten und haben die runde Marke von 2150 hier im Future getestet. Dort gab es heute in den frühen Morgenstunden etwas Kaufinteresse. Von daher das sicherlich ein sehr wichtiges Niveau auch für diese Woche, das es zu halten gilt. Darüber, ja, könnte ich mir auch ein weiteres Aufwärtspotenzial vorstellen. Erst einmal bis in den Bereich von 2165 bis 66. Dort wurde in der letzten Woche auch das meiste Volumen hier gehandelt und stimmt ziemlich genau auch mit dem Value Area Tief der letzten Woche überein. Darüber könnte deutlichere Aufschläge folgen und unter 2150 ist sicherlich die Gefahr da, dass noch mehr auch der vorletzten Woche hier korrigiert wird. Insbesondere hier vielleicht die Marke von 2135 noch getestet werden könnte. Apropos Korrektur, auch beim Bitcoin haben wir eine Andeutung der Korrektur gesehen, die uns jetzt zurückgeführt hat bis auf das erste sehr, sehr markante Allzeithoch, was es 2021 gab, nämlich im Bereich um die 68.000 Dollar. Genau, das ist weiterhin die Marke, die es hier zu halten gilt. 68.000, 68.500 hier im Future. Die konnten wir am Freitag ziemlich genau halten entsprechend. Heute waren wir kurzzeitig schon mal darunter, aber versuchen auch letztendlich wieder diese Marke zurückzuerobern und knapp darüber dann sicherlich auch die runde Marke von 70.000. Ansonsten sollte dies nicht gelingen, ist hier auch die Gefahr da, dass wir vielleicht mehr Gewinnmitnahmen auch einsetzen und hier vielleicht ja durchaus auch einiges an Korrekturpotenzial vorhanden ist, sogar bis in den Bereich von 60.000 Punkten. Also da kann es ja häufig sehr, sehr schnell gehen im Bitcoin. Die Volatilität hat ganz klar zugenommen in den letzten Wochen, wenn man sich auch hier mal die Schwankungsbreiten der einzelnen Tage ansehen. Von daher, hier ist durchaus Vorsicht geboten. Über 70.000 sicherlich der Weg frei Richtung neuen Allzeithochs, 75.000. 80.000 propagiert auch schon der eine oder andere Analyst, aber unter 68.000 denke ich, ist die Gefahr etwas größer, dass wir hier noch mehr Abschläge in den nächsten Tagen oder Wochen sehen. Ich glaube, Casey Wood hat sogar 500.000 gesagt. Ganz genau. Wer bietet mehr so ungefähr? Na gut, aber wir wollen nach diesem Überblick und dem eindeutigen Fazit, dass es eine Konsolidierung in mehreren Assetklassen aktuell gibt, auf die Einzelwerte schauen, denn da ist das Bild ja immer extrem gemischt. Da gibt es immer Top-Gewinner, Top-Verlierer. Du hast die uns einmal hier zusammengefasst. Genau, in der letzten Woche hatten wir im Dow Jones auch ein gemischtes Bild. Ziemlich genau 50-50. 16 Werte im Plus, 14 im Minus. Auf der Verliererseite zu nennen eine Salesforce, eine McDonalds. McDonalds und der Verlierer der letzten Woche war die Boeing mit minus 8%. Auf der Gewinnerseite zu nennen eine United Health mit plus 3%. Eine Chevron war mit dabei mit plus 3,8%. Und der Gewinner war die 3M mit plus 11,8%. Der Nasdaq, ja, da waren etwas mehr als die Hälfte der Werte dann doch im Minus. 68 an der Zahl, also nur 32 im Plus. Deutliche Abschläge haben wir gesehen bei Adobe nach den Quartalszahlen minus 10,8%. Marvel Technology minus 11,3%. Und die Dollar Tree hatte auch Quartalszahlen vermeldet und wurde danach abverkauft. Minus 13,8% standen vor dem Wochenende zu Buche. Aufschläge gab es unter anderem bei einer Paypal plus 6,5%. CoStar Group plus 10,5%. Und bei der PDD Holdings mit plus 12,1%. Die wird dann in dieser Woche am Mittwoch Quartalszahlen vermelden. Von daher sicherlich auch ein spannender Wert. Für diese Woche im S&P 500 hatten wir auch ein gemischtes Bild. Es gab durchaus auch bei dem einen oder anderen Mega-Cap hier Aufschläge bei einer Microsoft, bei einer Apple oder auch bei einer Alphabet. Die Meta war unter Druck, die Amazon war ebenfalls leicht unter Druck und am meisten sicherlich die Tesla, die es weiterhin sehr, sehr schwer hat. Ansonsten, der Energiesektor war wieder stark. Den Ölpreis haben wir uns vorhin nicht angeschaut, aber der hat auch zugelegt. Und das hat natürlich auch die einzelnen Energiewerte hier beflügelt. Dann lassen wir uns gerne damit starten mit dem Energiebereich und zwar mit der Chevron. Die hatten ja viele nach der letzten Bilanz schon mit auf der Watchlist, weil nämlich das Unternehmen trotz Umsatzrückgang hier die Prognosen, die eigenen Prognosen übertroffen hatte. Und weil auch die Dividende nochmal gesteigert wurde. Und das ist ja immer was, was gerade wenn der Gesamtmarkt ein bisschen konsolidiert, ein super Pluspunkt für eine Einzelaktie sein kann. Ja, das auf jeden Fall. Und die Aktie hat sich in den letzten Wochen hier auch wieder berappelt, nachdem diese Marke von ca. 141 Dollar nochmal getestet worden war. Im Januar hat man Aufwärtsbewegungen hingelegt und Rücksetzer zu diesem Unterstützungsbereich bei ca. 150 Dollar. Doch lagen auch 50 und 100 Tage Durchschnitt sehr nah beieinander. Jetzt hat man in der letzten Handelswoche auch den 200 Tage Durchschnitt wieder zurückerobert. Von daher, ja, so langsam hält sich das Bild auf und dass die Aktie vielleicht nach dieser Seitwärtskonsolidierung potenziell wieder in den Aufwärtstrend übergehen kann. Ich denke ja, jetzt über der Marke von ca. 155, 156 Dollar könnte das durchaus der Fall sein, dass wir einen Aufwärtsimpuls sehen, dann vielleicht nochmal einen Rücksetzer. Und dann durchaus die Hochs, die wir im Spätherbst des letzten Jahres gesehen haben, hier auch wieder sehen könnten. Also das wäre dann das Ziel auf der Oberseite im Bereich von ca. 170 Dollar. Wenn der Ölpreis jetzt wieder anzieht und er ist ja in der letzten Woche angezogen, dann ist ja von der Ertragslage auch noch einmal mit einem Plus zu rechnen in der nächsten Quartalssaison. Darunter leiden aber auf der anderen Seite diejenigen, die viel Öl nachfragen, wie z.B. eine Boeing, minus 8% in der Vorwoche, denn die brauchen ja Unmengen an Kerosin. Ganz genau. Wenn das teurer ist, dann hat man natürlich auf der Kostenseite wieder einiges mehr einzukalkulieren und die Aktie ist ja auch wieder ausgebrochen. Aus dieser sehr engen Range, also diesem Bereich, erstmal die 200-Dollar-Marke wurde gerissen wieder in der letzten Woche und dann auch dieser Unterstützungsbereich bei ca. 195 Dollar. Und ja, die letzte Marke, die es jetzt hier noch zu halten gilt, sind dann die Tiefs des letzten Jahres hier bei ca. 175, 176 Dollar. Diese Marke könnte durchaus in dieser Woche hier auch schon ins Spiel kommen entsprechend. Von daher, dass sicherlich die letzte Unterstützung, die es zu halten gilt, darunter würde die Aktie ganz klar auch wieder in einen Abwärtstrend übergehen und könnte hier auch deutlich tiefer noch rutschen, weil hier gibt es nicht allzu viele Unterstützungsniveaus dann bis in den Bereich von 140 Dollar. Von daher ist hier durchaus die Gefahr gegeben, dass diese Marke gehalten werden kann. Ansonsten könnte es deutlich düsterer noch werden. Ja, apropos abrutschen, da ist doch schon wieder ein Flugzeugteil abgerutscht von der Maschine bei Boeing und zwar auf dem Flug von Kalifornien nach Oregon. Eine Abdeckung ist quasi verloren gegangen, das Ganze wird noch untersucht, das ist ganz frisch die Meldung. Und deswegen sollte man bei solchen Unternehmen, die sowieso schon wegen Qualitätsmängeln in der Bredouille stehen, vielleicht nicht nur auf die Chart-Technik achten. Das in der Tat, solche News spielen da auch immer mit rein. Von daher ist hier bei der Aktie aktuell eher Vorsicht geboten, egal aus welchem Zeithorizont, sollte man jetzt eher die Aktie aktuell nicht unbedingt groß ins Depot legen, sondern vielleicht sogar eher auf der Short-Seite einen Trade in Erwägung ziehen. Ja, die Frage hatten wir uns auch bei Salesforce gestellt und es war tatsächlich ja der Wochenverlierer im Dow Jones oder einer der Wochenverlierer. Die Woche davor noch der Wochengewinner nach den Quartalszahlen, die sehr, sehr stark reinkamen, aber da hat die Aktie Schwierigkeiten an den neuen Allzeithochs weitere Käufer zu finden. Ja, ganz genau. Also die Aktie ist ja fast auch parabolisch gelaufen hier entsprechend bis in den Bereich von 318 Dollar. Kommt jetzt etwas zurück, das tut der Aktie durchaus gut. Gut, ja, eine erste potenzielle Unterstützung sehen wir hier auch aktuell bei ca. 290 bis 293 Dollar, also die wir jetzt aktuell hier testen. Das ist eine erste Marke, wo man schauen kann, ob in dieser Woche wieder Kaufinteresse aufkommt. Knapp darunter auch der 50-Tage-Durchschnitt, der immer weiter nachzieht, aktuell bei ca. 287 Dollar liegt. Von daher nach dieser Korrektur, die wir jetzt gesehen haben, durchaus schon wieder eine Aktie, die spannend werden könnte hier auch auf der Long-Seite, weil der langfristige Aufwärtstrend, der mittelfristige Aufwärtstrend ist ganz klar weiterhin intakt und da könnten sich durchaus hier Chancen kurzfristig bieten. Und da war das Thema ja auch KI bei den ganzen Workflows, bei den ganzen Prozessen, die einzubinden und entsprechend mit den Effizienzkriterien, die eine KI mit sich bringt, auch sehr, sehr nutzbar für die Unternehmen zu machen, die Salesforce Software eingesetzt haben. Das klingt immer ein bisschen komplex und kompliziert, da braucht es meistens auch einen Programmierer zu. Nicht so bei Salesforce. Vor einer Woche wurde nämlich vorgestellt, die neue Einstein Suite heißt das Ganze. Und da kann man tatsächlich mit einer grafischen Benutzeroberfläche, also ohne überhaupt in einen Code reinzugehen in der Datenbank, die KI-Anwendung ganz einfach per Track und Drop auf die Prozesse legen und fertig ist es. Ja, das ist natürlich super, wenn es dem Endkunden so einfach gemacht wird, dann auch diese Tools hier zu nutzen. Von daher das sicherlich positiv. Salesforce hatte insgesamt immer schon eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche, so ein bisschen nach einem Baukasten im Prinzip aufgebaut. Von daher freuen sich sicherlich die Kunden, wenn man da auch die KI-Tools sehr einfach nutzen kann. Auf jeden Fall. Und um noch mal ein paar Beispiele zu nennen, was da mit dem KI-internen Tool versehen werden kann, das ist Microsoft 365, Asana Workday, auch SAP, Databricks, Snowflake, also ganz, ganz viele Anwendungen, die die Unternehmen sowieso nutzen. Und dann haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vielleicht mehr Zeit, auch mal wieder zu McDonald's zu gehen. Warum ist denn die Aktie Minus gewesen? Schauen wir uns die gerne hier auch entsprechend als nächstes an. Die Aktie insgesamt ja in einer sehr großen Seitwärtskonsolidierungsrange hier schon seit längerer Zeit. Und man hat es kürzlich jetzt nicht geschafft, auch diese Marke von 300 Dollar nachhaltig zu überwinden. Es sah zwischenzeitlich mal ganz gut aus, Mitte, Ende Februar, dass vielleicht, nachdem diese Hürde mehrmals getestet worden ist, dann irgendwann auch der Ausbruch erfolgt. Dem war nicht der Fall. Die Aktie ist wieder zurückgefallen, entsprechend in die Range. Ja, konnte jetzt auch hier die Niveaus bei ca. 285 Dollar nicht halten. Kam jetzt zurück bis in den Bereich von 280 Dollar, also fast wieder in die Mitte der Range. Die liegt ca. bei 275 Dollar. Von daher, dass sicherlich ein kleines Unterstützungsniveau, das es hier vielleicht in dieser Woche zu halten gilt. Darunter besteht die Gefahr, dass wieder die komplette Range durchlaufen wird, bis in den Bereich von 250 Dollar. Also aktuell die Aktie eher als neutral bis sogar schwach zu werten. Ja, und das ist dann die Kehrseite von zu viel Technik und IT. Bei McDonalds war nämlich der Grund, warum es so stark nach unten ging, dass es Filialschließungen gab in Deutschland, in Großbritannien, Japan, Australien und Neuseeland. Aber nicht etwa, um hier Mitarbeiter zu entlassen und was anderes in der Filiale anzubieten, sondern wegen IT-Problemen. Die Sprecherin sagte, das ist kein Cyber-Security-Ereignis. Trotzdem hat die Konnektivität zwischen den einzelnen Tools nicht funktioniert. Das heißt, man hat eine Bestellung aufgegeben, die kam gar nicht in der Küche an oder es war gar nicht auf dem Monitor ersichtlich, wenn der Burger oder die Pommes fertig waren. Und das führte zu solcher Verwirrung in den Restaurants, dass einfach die Türen wieder geschlossen wurden. Ja, da muss man natürlich immer schauen, dass hier auch die IT-Systeme laufen. Auch bei Schnellrestaurants spielt das eine immer größere Rolle. Man kann ja mittlerweile auch nicht nur direkt vorne bestellen bei den Mitarbeitern, sondern kann das ja auch schon entsprechend an verschiedenen Terminals machen. Und wenn da die Kommunikation nicht funktioniert, ja, dann steht letztendlich das Restaurant still oder muss sogar geschlossen werden. Von daher wird man sicherlich alles daran setzen, seine Systeme auch schnellstmöglich wieder hier zum Laufen zu bringen. Ja, nicht nur kann, sondern teilweise muss. Also ich war neulich auch nochmal zum Selbsttest natürlich nur im McDonald's-Restaurant für diese Sendung. Und da gibt es überhaupt keinen Counter mehr, wo ein Mitarbeiter fragt, was möchten Sie gern? Da gibt es nur noch die Elektronik. Ja, sie werden immer mehr ersetzt, die Mitarbeiter. Von daher, ja, man sieht immer mehr Terminals, immer weniger Mitarbeiter. Und da muss die Technik natürlich zu 100 Prozent funktionieren. Ja, solange die Bürger nicht am Fließband dann kommen und da noch ein wenigstens Mitarbeiter steht, fühle ich mich noch einigermaßen wohl dort. Ja, 3M oder 3M, wie so schön heißt, auch wie so ein bisschen wie ein Phönix aus der Asche. Das Unternehmen läuft immer wieder oder die Aktie läuft immer wieder an die Hundertermarke ran. Jetzt gab es auch eine Meldung dazu und zwar ein neuer CEO hat das Ruder übernommen. Und das erinnert mich ein bisschen an Adidas im Vorfeld, wo der neue CEO dort das Ruder übernahm. Gab es schon Vorschluss, Sorbären, die ersten Wochen auch. Dann muss aber allerdings geliefert werden. Genau, da muss auch geliefert werden. Die Aktie ist ja immer noch im langfristigen Abwärtstrend beziehungsweise in der Seitwärtskonsolidierung jetzt über schon über viele Monate entsprechend. Und ja, die ersten positiven Reichen sind da, dass vielleicht jetzt auch der Turnaround hier gelingen könnte. Das hatten wir auch schon beim Dezember. Da wurde die Aktie wieder stark abverkauft entsprechend nach den Zahlen. Jetzt hat sie die 100-Dollar-Marke zurückerobert in der letzten Woche, was positiv zu werten ist. Vielleicht nochmal einen kleinen Rücksetzer in diesem Bereich von 100 Dollar bis 101 Dollar. Aber entsprechend wäre dann durchaus eine interessante Aktie hier auf der Long-Seite mit einem recht engen Stopp, um dann hier potenziell die erste Aufwärtsbewegung in einen neuen Aufwärtstrend mitzunehmen. Das erste Ziel dann sicherlich die Hochs hier vom Beginn des Jahres, die wir gesehen haben, circa bei 110 Dollar. Und dann ist auch einiges an Potenzial vorhanden auf der Oberseite. Weil wenn man schaut, wo die Aktie hierher kommt, die hat schon mal deutlich über 200 Dollar quotiert. Von daher langfristig ist sicherlich Potenzial vorhanden in der Aktie. Und jetzt muss man schauen, ob jetzt vielleicht wirklich einmal hier die Trendwende gelingen kann. Ja, wir schauen uns das gerne weiter an. Und vielleicht da auch noch eine News dazu. Also 3M ist nicht nur für Klebstoffe und Post-its oder solche Sachen hier verantwortlich, sondern die haben auch in der Industrie einen festen Fuß. Insbesondere zum Beispiel bei der Wasserstofftechnologie zusammen mit Hyundai werden, nämlich dort die Antriebstechniken entwickelt, die dann für große Schiffsfrachter zum Einsatz kommen sollen. Und das ist natürlich ein Markt, wo man auch extrem hohe Margen ansetzen kann. Genau. Und da sieht man auch einiges an Potenzial. Von daher, man ist schon relativ breit aufgestellt bei 3M in dem Unternehmen. Und ja, hat sicherlich auch Potenzial mit seinen Innovationen da mittel- bis langfristig wieder hier in die richtige Spur zu kommen. Vielleicht da der kleine Seitenverweis auf Ballard Power, den Wasserstoffpionier, der hier in der letzten Woche Quartalszahlen meldete. Da hatten wir eine entsprechende Analyse auf dem FreeStocks-Kanal bereitgestellt. Ja, von daher gerne doch mal vorbeischauen, den Kanal abonnieren. Da schauen wir uns immer jede Woche circa drei Aktien auch etwas detaillierter an. Genau. Zwei kriegen wir noch in den offiziellen Teil rein. Und zwar aus dem Nestle den gewinnenden Verlierer. Fangen wir mit dem Verlierer mal an. Adobe, minus 10,8 Prozent, eine Kreativwerkstatt, wie es so schön heißt, die ganz viele Tools anbietet, nicht nur für Influencer, sondern sicherlich auch für große Agenturen, für Zeitschriften, für Media-Agenturen. Und dort vermisst man so ein bisschen diesen KI-Drive, den es eben bei anderen Firmen gibt. Ja, ganz genau. Die Aktie hat in der letzten Woche Quartalszahlen vermeldet und ist dann eingebrochen um circa 14 Prozent, auch nach den Zahlen. Insbesondere aufgrund des enttäuschenden Ausblicks, kann man sagen. Man sieht doch eine recht schwache Nachfrage nach seinen Tools, nach seiner Creative Cloud entsprechend mit seinen KI-Funktionen. Und ja, die Prognose sieht so aus, dass der Umsatz doch deutlich geringer ausfallen wird, als erwartet, was die Prognose jetzt insbesondere für das nächste Quartal anbelangt. Und die Aktie hat sehr negativ reagiert und auch am Freitag diese runde Marke von 500 Dollar nicht halten können, was sehr negativ hier auch zu werten ist, erst einmal. Mal schauen, ob diese Hürde in dieser Woche zurückerobert werden kann. Die Aktie ist auf jeden Fall nach dem schönen Aufwärtstrend und der Seitwärtskonsolidierung jetzt erstmal kurz- bis mittelfristig in einen Abwärtstrend übergegangen. 50- und 100-Tage-Durchschnitt drehen jetzt auch langsam nach unten. Der 200-Tage-Durchschnitt ist noch leicht aufwärtsgerichtet, aber flacht immer mehr ab. Von daher muss man schauen. Eine Gegenbewegung halte ich hier durchaus noch für möglich in das Gap hinein und dann vielleicht bis in den Bereich von 530, 540 Dollar. Aber für mehr sollte kurzfristig hier vielleicht nicht unbedingt Raum gegeben sein. Und unter 500 Dollar besteht durchaus die Gefahr, dass hier noch weitere Abgaben folgen. Da ist nicht allzu viel Unterstützungspotenzial vorhanden, bis im Bereich von 400, 405, 410 Dollar. Von daher sicherlich eine spannende Aktie auch für diese Woche. Über 500 Dollar kann man vielleicht mit einem engen Stopp hier unter dem Freitagstief auf eine kleine Gegenbewegung spekulieren, aber durchaus mit kleinerer Positionsgröße aufgrund der genannten Faktoren. Ja, nur Umsatzanstieg von 11 Prozent ist es auch nicht das, was man von einem Wachstumswert erwartet hätte. Und in Bezug auf die KI-Produktlinie wurde gesagt, quasi in der Analystenkonferenz im Nachgang an die Quartalzahlen, dass man in der zweiten Jahreshälfte da ein bisschen was vorstellen möchte. Und da gibt es ja schon ganz viele Tools von der Konkurrenz. Und deswegen erwarten Anleger und Anlegerinnen im schlimmsten Fall, dass der Trend etwas verschlafen wird. Ja, in der Tat, wenn es dann wirklich noch so lange dauert, bis in die zweite Jahreshälfte, bis man da Neues liefern kann. Das ist aktuell, ja, da ist man sehr innovativ, auch bei vielen Mitbewerbern. Von daher muss man schauen, dass man mit dieser Geschwindigkeit dann auch Schritt halten kann. Und darauf schauen sicherlich die Anleger ganz genau auch zu den nächsten Zahlen. Ja, auf die nächsten Zahlen, du hast es schon angedeutet, in der nächsten Woche werden wir ein Hauptaugenmerk zum Beispiel auf die PDD Holdings legen. Gewinner im Nasdaq, aber die war auch in der Woche davor stark unter Druck geraten, weil zum Beispiel das Produkt Temu, was es als App gibt und was eines der meist runtergeladensten Apps in den USA ist, hier nicht gerade die Arbeitsvorschriften reflektiert, die man in unserer industriellen Welt gewöhnt ist. Ja, ganz genau. Die Aktie war stark unter Druck geraten. Entsprechend in der vorletzten Woche kam jetzt zurück. Man befindet sich immer noch langfristig im Aufwärtstrend. Man konnte den 200-Tage-Durchschnitt halten. Kam jetzt zurück auch über diesen potenziellen Widerstandsbereich bei 120, 121 Dollar. Die nächste Hürde, die es zu überwinden gilt, oder die nächsten Hürden, könnte man sagen, liegen in Form des 50- und 100-Tage-Durchschnitts hier recht nah beieinander, bei ca. 130 Dollar. Über 130 Dollar bzw. 132 Dollar wäre der Weg wieder frei, um auch hier vielleicht die Jahreshochs anzuvisieren. Unter dieser Hürde könnten hier durchaus auch nochmal Abgaben folgen, bis in den Bereich von 108, 110 Dollar. Von daher sicherlich ein spannender Wert. Wir haben auch das eine oder andere Mal nach Zahlen, wie hier auch hier entsprechend im November, ein größeres Gap in der Aktie gesehen. Das will ich jetzt für dieses Mal auch nicht ausschließen. Von daher vielleicht die Zahlen abwarten. Und danach sieht man vielleicht etwas mehr, in welche Richtung der Trend sich hier fortsetzen könnte. Im September gab es auch das Gap. Und im März ebenfalls, also eigentlich bei Quartalszahlen, kann man immer mal mit einem Gap rechnen bei der Aktie. Und da sind wir gespannt, wie die rauskommen. Übrigens am selben Tag auch noch eine Micron Technology, einer der großen Chip-Werte, werden wir uns dann auch im Laufe der Woche anschauen. Und Nike kommt auch noch in dieser Woche mit Quartalszahlen. Damit haben wir quasi schon mal jeden vorbereitet, der auf sowas achtet und weitere Informationen gibt es dann im entsprechenden YouTube-Kanal von Free Stocks, wo wir diese Aktien unter die Lupe nehmen. Für den offiziellen Teil, würde ich sagen, sind wir hier zeitlich limitiert, also schon begrenzt. Und der Inoffizielle startet gleich, aber zuvor sage ich ganz offiziell danke für die vielen Informationen. An dich, Roland Jägen. Sehr gerne. Dann wünsche ich allen eine erfolgreiche Handelswoche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann ciao. Tschüss.